Lauten. Highlight. Hier in Köln. Nein, echt? Krass, Alter. Die haben wir auch schon live gesehen, Mann. Kamle, du bist im Klo. I guess it would be nice. Musik. Hi. Hallo, Biggie. Hi. Das ist jetzt Zigarette. Ja, Highlight. Danke. Bitte schön. Können wir das nochmal haben, die begrüßen? Oh, ja, ja. Vielleicht kann es dir auch nicht. Jesus. Elvis lebt. Du stinkst nach Knobloch. So, Jesus. Du bist Kalt schon mal holt. Ja. Wuuu. Wuuu. Miettesu 2.0. Miettesu 2.0. Zebras are dancing in the moonlight. Ja. Das ist super, das ist super. Das ist ein geiler Hit. Ja, ich weiß. Kennst du das mit dem Refrain? Ja, sicher. Ja. 110. Ruhe 20. 120. Das ist ein Verkastenpeter. Das hat man gesagt. Okay, viermal Intro, danach geht's los. Okay. Ja. Wer singt, ja? Ja, wir singen alle. Ich verkack den Eindriss. Ja, wir antworten. Nein, wir antworten. Ich bin ja nicht. Ja, wir antworten. Nein, wir antworten. Im Song war die Flugtheon... ... und strömt uns auf Geräusche, ... und schlägt sich immer wieder zu sein, ... und die Störner aus Zeit zu samfangen. Im Song war die Opeden auf der Wände, ... und den Störner der Wände, ... und den Störner des Wolken. ... und den Störner der Wände, ... und den Störner der Wände. Im E-E-E-E-E-E-E, Im Lenwenn-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E. Im Volken-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E, Das war's für heute. Das hat er gesagt. Why I cry out in the night, as they grow as they're strong, I'm lost and found their company. Ey du Assi! Er ist kaputt. Hallo. Oder es kann sein, wir haben die schon fast was. Hallo. 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 Ich hab vergessen. Liebe Leute. Spiel jetzt. So was denn? Das Publikum wartet und Tracy Claudia auch. Ich spür das hier bei 120%. Tracy Claudia ist ohne Null nicht. Warum es einfach ist? Das Publikum wartet und Tracy Claudia auch. Ich spür das hier bei 120%. Warum es einfach ist? Aufschluss! Ein Party-Klassiker! Ein Party-Klassiker! Okay! Aufschluss! Golgöp! Nein! Das war gut, das war gut. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020